Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Wir stehen vor dem größten Strukturwandel der Wirtschaft seit Beginn des Industriezentrantes. Wir sind hier mit einem enormen Potenzial, mit der Genesse, mit der Naturwärmung, mit den Arbens, mit der Biomasse, die Wirtschaft, der Erwärmung, aber es gibt keine Stimulant, der Katalyser ist nicht da, das ist die Elektrizität. Statt weniger Eigentümer haben wir auf einmal hunderttausende oder gar Millionen Eigentümer. Die Energieversorgung bekommt eine Demokratisierung. Demonstrationen ist ein ganzes Gedächtnis. Untertitelung des ZDF, 2020